Viele Politikersätze dieser Tage klingen alles andere als neu. Die Lage ist ernst. Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, zitiert damit einen Satz der Kanzlerin vom Anfang der Pandemie. Mehr als 1,5 Jahre ist das her. Jetzt sind die Infektionszahlen in Deutschland so hoch wie nie. Der Fortschritt beim Impfen sorgt zwar dafür, dass die Todeszahlen noch weit weg sind von ihren Höchstständen im Januar. Aber die Intensivstationen werden immer voller. Das neue Infektionsschutzgesetz soll helfen. Sabine Dittmar von der SPD zählt die Maßnahmen auf, die nun bundesweit neu dazukommen. 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Personen- und Fernverkehr, besondere Testpflichten für sensible Einrichtungen, Homeoffice. Nur noch 2G oder 2G plus für Bars, Museen und andere Orte, auch das können die Bundesländer selbst beschließen, wenn die Zahlen bei ihnen hoch sind. Aber flächendeckend z.B. Restaurants oder Schulen schließen, das soll es mit dem neuen Gesetz erst mal nicht mehr geben. Die weitreichendsten Maßnahmen für die Bundesländer fallen damit weg, beklagt Paul Ziemiak von der CDU. Wir vertreten die Auffassung, dass je mehr Möglichkeiten die Länder haben zu agieren auf einer sicheren Rechtsgrundlage, umso besser ist es. Auch das, was möglich ist, muss erst mal praktisch durchgesetzt werden. Geimpft, genesen oder getestet. Wer kontrolliert das z.B. ab heute im Zug? Bahngewerkschafter Klaus Weselski hat eine klare Meinung. Wenn die Frage aufkommt, ob das das Zugbegleitpersonal macht, dann lautet die Antwort einfach nein. Das haben sie nicht zu machen. Das gehört nicht zu ihren Aufgaben. Laut Gesetz sind aber die Verkehrsunternehmen zuständig. Viele haben schon angekündigt, dass sie nur stichprobenartig kontrollieren können. In Berlin z.B. sollen Polizei und Ordnungsamt mithelfen. Das Land NRW zahlt Verkehrsunternehmen schon seit einiger Zeit extra Geld, damit die mehr Personal für Kontrollen einstellen können, sagt Ministerpräsident Hendrik Wüst. Wer das will als Staat, und wir wollen es jetzt, der muss dann auch mithelfen, dass es kontrolliert wird. Wir brauchen Kontrolldruck und wir brauchen dann bei Verstößen auch härtere Strafen. Auch am Arbeitsplatz soll ab heute gelten, nur noch geimpft, genesen oder getestet. Der Arbeitgeber darf das kontrollieren. Wer sich weigert, riskiert ein Bußgeld. Im Extremfall darf ihm auch gekündigt werden. Für alle, die von zu Hause arbeiten können, gilt sowieso eine Homeoffice-Pflicht. Und wenn das alles nicht reicht? Man soll nichts ausschließen. Wir haben schon viel zu oft Dinge ausgeschlossen als Politik, die später kamen, sagt NRW-Chef Henrik Wüst. In gut zwei Wochen, am 9. Dezember, wollen die Länderchefs und Chefinnen wieder zusammenkommen und die Regeln überprüfen. Auch ein bundesweiter Lockdown könnte dann wieder als Option auf dem Tisch liegen. Achtung. Untertitelung des ZDF, 2020